DW Deutsch lernen mit Nachrichten Donnerstag, 28. Mai 2020, 9 Uhr in Deutschland. Hilfsorganisationen befürchten zunehmende Kinderarmut. Durch die Corona-Krise könnten laut einer Untersuchung bis zum Jahresende etwa 86 Millionen Kinder zusätzlich in Armut geraten. Damit würde die Gesamtzahl der weltweit in Armut lebenden Kinder um 15% steigen, heißt es in der gemeinsamen Studie des UN-Kinderhilfswerks UNICEF und der Organisation Save the Children. UNICEF-Exekutivdirektorin Henrietta Fore erklärte, die Pandemie habe eine beispiellose wirtschaftliche und soziale Krise ausgelöst, die vielen Familien ihre Existenzgrundlage raube. Dies könnte die in den vergangenen Jahren erreichten Fortschritte im Kampf gegen Kinderarmut zunichte machen. Bemannter SpaceX-Flug wegen schlechten Wetters verschoben Der Start sei nun für Samstag vorgesehen, erklärte SpaceX, das dem Milliardär Alan Musk gehört. Über dem Kennedy Space Center in Cape Canaveral hatte zuvor ein Gewitter getobt und das US-Hurricane-Zentrum warnte vor einem Tropensturm. Die Absage erfolgte Minuten vor dem Start mit den beiden US-Astronauten Doug Hurley und Bob Banken. Die Raumfahrtbehörde NASA hatte ihr Shuttle-Programm 2011 eingestellt. US-Kongress beschließt Sanktionen gegen China. Der US-Kongress hat grünes Licht für Strafmaßnahmen gegen China wegen des dortigen Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Uiguren gegeben. Das Repräsentantenhaus in Washington stimmte fast einstimmig für einen entsprechenden Gesetzentwurf. Der Senat hatte den Entwurf bereits Mitte Mai verabschiedet. Vorgesehen sind Sanktionen gegen chinesische Regierungsmitglieder und Behördenmitarbeiter, die für Masseninhaftierungen von Uiguren verantwortlich sind. Präsident Donald Trump muss das Gesetz noch unterzeichnen, damit es wirksam wird. USA drehen Sanktionsschraube beim Iran noch fester. Die US-Regierung beendet Ausnahmeregeln, nach denen europäische, russische und chinesische Firmen sich an iranischen Atomanlagenprojekten beteiligen durften. Die Unternehmen bekämen 60 Tage Zeit, ihre Aktivitäten vor Ort abzuwickeln, sagte Außenminister Mike Pompejou in Washington. Die Sanktionserleichterungen für Arbeiten am Atomkraftwerk Boucher will Pompejou dagegen um weitere 90 Tage verlängern. Präsident Donald Trump verfolgt gegenüber Teheran eine Politik des maximalen Drucks, um die Führung zu einem neuen Atomabkommen mit härteren Auflagen zu bewegen. Frankreichs Parlament billigt Corona-App. Die französische Nationalversammlung hat dem Einsatz einer Warn-App zur Eindämmung des Corona-Virus zugestimmt. Die Smartphone-Anwendung StopCovid warnt Nutzer, wenn sie sich in der Nähe von Corona-Infizierten aufgehalten haben. Frankreichs Regierung will den Einsatz der App in den kommenden Tagen starten. Die Nutzung ist freiwillig. Kritiker wenden ein. Die App verletze die Datenschutzrechte der Bürger. Ausländische Investoren lieben Frankreich. Frankreich ist vor Ausbruch der Corona-Pandemie erstmals zum attraktivsten Investitionsstandort in Europa aufgestiegen. Die Zahl der ausländischen Projekte nahm im vergangenen Jahr um 17% auf 1197 zu, wie aus einer Studie der Wirtschaftsberatung Ernst & Young hervorgeht. Trotz der Brexit-Verunsicherung belegte Großbritannien Platz 2 vor Deutschland. Hier stagnierte die Zahl der ausländischen Direktinvestitionen. US-Firmen investierten in der Bundesrepublik um 12% weniger. Das Engagement chinesischer und türkischer Unternehmen in Deutschland stieg dagegen. Bundesligist Leipzig verpasst Sprung auf Tabellenplatz 2. In der Fußball-Bundesliga spielten Leipzig-Hertha 2 zu 2, Hoffenheim-Köln 3 zu 1, Augsburg-Paderborn 0 zu 0, Union-Berlin-Mainz 1 zu 1 und Düsseldorf-Schalke 2 zu 1. Soweit die Meldungen von Donnerstag, dem 28.05.2020.